hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu seven days to die neue folge neues glück irgendwie rankelen sie draußen ja hier unten runter direkt unter uns das ist ne fucking horde das ist natürlich super wir haben mal inventarmanagement gemacht haben alles irgendwie eingepackt was richtig ist zusammen gepackt aufgeräumt man sieht es hier oben löcher schlösser brauchen wir nicht dieses bisschen zeug das rezept kann jeder von uns ein bisschen sprit lassen wir da gläser lassen wir da und wir haben ein bisschen stuff dabei die jacke habe ich ausklassen weil ich hier hart geschwitzt habe wo die sind unter uns die sind gleich hier durch nicht cool nee du wärst das hätte ja danke die kleinen kacke ich musste mit der feuerachst töten man sie haben sich durch die decke geschlagen ja die haben nach oben geschlagen interessant aber nach unten schlagen sie nicht war sie nicht vielleicht sie werden wir zu hause sehen achten muss ich tüten mit der feuerachst okay die zusatzzeit ist natürlich schon weg aber nachkommen das ist auch noch eine rennt er denn immer noch wir haben das nicht mitgekriegt weil sie vielleicht drum sind hier ist noch einer unter mir ja den beschießt sich gerade auch wenn er liegt dann springe ich runter und jetzt jetzt hier sieht ja jetzt verdammt hinter dir ist noch einer oh ja jetzt mal gucken wie schlau die sind jetzt weiß ich natürlich nicht welche angehauen war ja ich komme mal runter und helft jemand der macht aua ok mit der feuerachst mal feuerachst komm ich habe so beide angeschlossen ok nicht sterben geh weiter weg du hängst immer voll im gegner drin ich weiß nicht ob du das vielleicht von dir aus siehst wo ich war weg geht zurück ok so ich muss den einleiter wegnehmen was gut am besten geht es auf dem boden liegen hatte ich versuche mal so die ja wir haben schon durchsortiert wir gucken mal ins feuer weil wir hatten auch ich habe alles rausgeholt ich habe eier und den kaffee genau wir haben noch eier und kaffee durchgekocht die wir gefunden haben wir haben aber noch kaffeebohnen aufgehoben also jetzt nicht gleich in die kommen also kaffee überwichtig kaffee zu wahl ja so warte mal und wir gehen mal richtung deinem händler da ja ob ich sagen ja warte schön zwei stück für ein papa gut dann ich habe auch irgendwie fünf bier also ich wollte auch noch zwei ok use ich mach mal eben weg point hat man jetzt überhaupt nicht wir haben noch hitze oder sprintet man damit auch geht auch hast ein wegpunkt händler folge dir ja also händler auch gut ist egal mach einfach ich habe immer geschert habe ich geteilt müsste da sein track point habe ich getrackt federn ok alles klar auf die plätze fertig los neuer tag neues glück wir rennen zum händler also richtung händler in der hoffnung was zu finden also irgendwo habe ich deine stadt gesehen gehabt ich habe ich schwabbel gehabt und das war's scheiße ja schon gut war bestimmt keine absicht kann ja mal passieren nee war es wirklich nicht nein nein ist schon okay so ich komme die sind aber echt zäh die jungs hier so einen habe ich getötet von drei green puffer code plus 22 den zieh ich doch mal an ja sowas habe ich ja auch los drei auch mal kaffee drin und meine wellness war über 100 aber wenn es echt über 100 ja ich bin ja nicht gestorben stimmt da ist klar ich muss auch lieber wegschmeißen messer knüppel und brille kann man anziehen ist ja auch wichtig apokalypse auf jeden fall so ich ziehe mir mal ein bierchen ich hatte noch einen kW ich glaube der bringt nichts zum sprinten ja ich geh weg ich habe angst vor dir ja sie hat sich schon wieder schwabbeln zack zack jetzt 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 mit der axt der axt der aushält ey das ist der hammer ja die axt hat das soll ich nochmal sprach da kannst du mal eine beine schießen oder so weiter her in die hohe und busch in den arsch der hält aber was aus der mann ey so jetzt aber stirb na warte mal jetzt müsste der eigentlich gleich fallen jawoll ne das war ich hab glaube ich nicht gezählt bei dir oder äh ne naja scheiß das tut mir leid na egal ich wollte die nochmal scheiß auf die Quest wir finden noch so viele ja aber du hast die nicht gekriegt ne das ist echt doof ne das finde ich auch ein bisschen schade an dem System mit den Quests dass man das nicht teilen kann in der Gruppe weißt du so ich meine im wahren Leben wenn es jetzt heißt töte die Zombies dann machst du ja auch eine Aufgabe oder finde den Schatz dann suchst du auch den Schatz gemeinsam ja also das müsste irgendwie noch so ein bisschen Rottenfleisch was will ich denn mit dem Fleisch geh fort weg mit dir da hat man nochmal ne Chance aber ich finde wir sollten die lieber durchrennen das ist ein ganz schöner Weg dann können wir mal gucken ja Fleisch Kirsch ja zack ich frage mal schmeißen weg Leder Gläser Kaffee trinke ich noch also ich hab noch einen Platz ey warte mal irgendwas kommt gleich raus ich hab Fleisch und Leder dann kommt das Animal Fett kannst du dann glaube ich nehmen brauche ich nicht Knochen Fett will ich nicht nehmen Fleisch und Leder ist gut komm gut reicht da 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 echt ich freue mich wenn wir mal wieder aus der Eiszeit hier raus sind weil ja in den letzten X-Folgen nur frieren gut gegen schwitzen kannst du nichts machen ne da kannst du nicht mehr als ausziehen ja und den Tee trinken halt ne den roten Tee genau ich glaub Jukka bringt auch was ein Geier im Schnee ich glaub's nicht Nester äh Nester Federn 25 Stück ich hatte auch eins mit 20 eben in die ganze Großfamilie drin gelebt in den Nest zwei nebeneinander das mag ich vier und auch nochmal 21 oh oh ein Eber wo ähm bei mir direkt vor mir das ist ein bisschen da brauche ich dich jetzt gleich ja aber wenn du den anschießt warte mal hab ich nicht ne Waffe doch ich hab da die Hunting Rifle hier nur dann ein Schuss äh nur zwei Schuss in so ne Waffe na eigentlich nur einer ja der lag schnell so ja schön Tiere Wahnsinn auch selten geworden irgendwie Tiere ja so dann ist übrigens ein Weg der rechten Seite ok ja cool wir laufen querfel ein kommen wir schön auf den Berg hoch mal gucken äh Ducktape fuck da ist Ducktape drin das will ich das ist selten hier wo der scheiß in der Tüte vor dem Schnee Schnee Zombie holst du mal raus wenn du habs ja wunderbar das ist richtig ja ja palle aber nicht rum da da kann ich uns ähm warte mal das könnte ich uns aus Leder Scrap Iron und Ducktape könnte ich uns direkt Chest Armor machen ach cool sag was du brauchst ja zumindest sag was du brauchst wenn du beschossen wirst weißt du von einem Kumpel der dich eigentlich beschützen sollte da bringt auch das Zeug nix ne da geht der Pfeil da durch in den Kopf voll da durch voll da durch voll da durch voll die Seuche voll die Seuche da wollen wir mal in den Kommentaren wissen wer den noch kennt aber so alt ist der ja gar nicht ne also müssten viele noch kennen Schwabbel 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 aber ein geistes Kommanderei Kommando Pimperle genau für den Dackel für den Club wer es jetzt nicht weiß ja auch drei Nester hat sehr viel verpasst ich find's geil ja das ist cool das war zwar so ich sag mal so so schwierig aber teilweise schon sehr flach genau aber ich fand's irgendwie witzig ja Gornkalkverbot Gornkalk genau ich brauch Amstdorfer Amstdorfer Coach Axel Stein hatte da übrigens sein Debüt der war damals wurde gesucht als Imitator für ups ja und ähm wurde praktisch da entdeckt also der hat ein ja hat das praktisch imitiert und wurde dann damals ist er als Sohn ja in die Serie mit dazugekommen oh Gott das weiß aber jetzt weiß doch jeder die Kommentare sehe ich jetzt schon vor mir Bibi Blocksberg ja ja klar ne es war doch bei dem Bühmchen G-Man Gott hier ist er bald zugeschneit ich bin jetzt bei 1 Grad 4 ja ich friere auch gut aber wir sind hoffentlich gleich raus und wenn sie und wenn sie snow begins to fall dann ist uns scheiße kalt was ist das oh ein Duffelbag bitte eine Machete bitte ne Pistolparts na brauche wir nicht aber ich friere noch nicht also ich hab noch keine Minus angezeigt ne ich auch nicht aber es ist irgendwie so Honig ach komm alles weiß ja das raue Land liegt vor uns auf einem langen Weg ein Grad oh man ja jetzt manch einer sagt jetzt warum das nicht geschnitten weil wir machen die Schnitt also wir machen werden dann Aufnahmepause und wenn nacht ist und wir nichts anderes vor haben dann oh ich hab sowas von keine Ausdauer ich zieh mir jetzt ein Bier rein jetzt weg mit dem Zeug Prüßchen Prüßchen Kling Kling genau diese mit diesen kleinen Dingern da anstoßen ja ja genau einer geht noch nur noch einer nehmen Prost ja dann nur einer dann ist aber Schluss oh nein ja Mama das wird wenigstens warm Knüppel raus ne ne ich hab Angst vor Hunden ich hasse sie Knüppel und Minen Minen auch? ja nein nicht dein Ernst nur ein bisschen vorsichtig laufen und äh Klapperschlange Klapperschlange die ist direkt vor dir ja die lass ich auch mal aus dem Weg ach die liegt eigentlich ganz schnell hier gibt es auch Minen wir sehen das ja also Pfff 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 Ich glaube, ich sehe ein Gerüst. Oh ja, da ist eine Mine. Warte mal, ich teste mal. Ist das eine Mine? Erstmal dafür war Blubblung. Also explodieren tut sie nicht. Ja, unter meinen Füßen wahrscheinlich. Genau, wenn du jetzt reingelaufen wärst. Ups. Hey. Das ist die Zombies nur rum. Wir müssen noch vorne ankommen. Ich bin so voller Kanzlerwärts. Da ist eine Mine. Oh, da war eben eine. Die sind blau, ne? Das sind die Tin Cap. Ich habe gerade eine Radkappe gesehen. Nein, ich habe eine blaue Dance gesehen. Das ist gut zu wissen. Ich laufe in deinen Fußspuren. Guck mal eben. Oh, nest. Ey, du kannst mich mal. Ich konzentriere mich gerade voll auf den Boden. Ich habe total schwindzige Hände. Das ist schlimmer als bei Battlegrounds. Ich hasse das. Ich mag nicht explodieren. Oh, warte mal. Gras. Oh, fuck. Was, was, was? Oh, 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 Hund. Oh, hast du? Ja, habe ich. Okay. Äh, Biohazard, Antibiotika, Use. Ich brauche Platz. Ich brauche irgendwie Platz. Äh, Badroll, hast du das Gras mitgenommen? Äh, nee. Wir haben keinen Platz. Hast du noch Platz? Äh, nein. Warte, ich scrappe die Dings. Dann habe ich... Okay, jetzt Gras sammeln. Gläser wegschmeißen. Vorsicht beim Gras sammeln hier. Ja, so... Ach, jetzt verdammt. Shit. Eins noch. Hier oben, hier oben ist ein Gras. Ein Gras noch. Badroll. Craft. Boah. Äh, mir fehlt noch zehn. Komm, zehn Sekunden noch. Immer noch nicht. Oh Gott, ist das Grün. Drei, zwei, eins. Ich habe noch 17 Sekunden. Ich bleibe auf der Stelle stehen. Soll ich mich hier entlegen? Ja, ne? Ja. Erstmal. Oh Gott, ist das alles gelb hier und trostlos. Patsch. Komm her. So, ich habe meine Badroll. Will ich auch. Meine auch. Meinen ablegen, meinst du? Ich habe meine ablegen, ja. Okay, die kann man ja nochmal neu setzen. Habe ich auch gesetzt. Super. Wenn sie jetzt bumm macht, ist das nicht ganz so schlimm. Ja. Ey, sag mal. Der ging schon wieder knapp an mir vorbei. Ja, aber das war absichtlich. Keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Ja, wo du? Ist das jetzt Folge 30 oder so, ne? So, welches Haus? Lass uns erstmal sondieren, die Stadt. Krematorium. Wir sind nicht am Ende eines Hauses. Ende einer Folge. Ach nein. Schon wieder. Doch, gleich. Gucken wir erstmal hier hinten die Ruine, oder? Hoch. Rund. Rund links von dir da. Unter dem Dach. Warte, den nehmen wir noch eben hier. Oh. Du schießt nicht in meine Richtung. Ne, ne, ich schieße in die Richtung. Und da kommt er. Nein. Zurück. Oh nein. Okay. Schön, der Gott. Okay, ihr Lieben. Werden wir in der Stadt überleben? War ich dran? Ich weiß es nicht. Ja, mach einfach. Ja, wir können diese Stadt überleben. In der Apokalypse. Die Leiche neben uns erlebt noch, aber es stört uns nicht. Er zockt. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge in der Seuche. In der Folge Seuche. In der Folge Seuche. Wer es jetzt nicht weiß. Ja, genau. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau.